Musik 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 Und wenn ich es dann wieder drücke, ist es wieder umgekehrt. Aber etwas anderes mache ich eigentlich gar nicht. Warum funktioniert das dann nicht? Genau. Keine Ahnung. Genau. Weiß ich nicht, wie gesagt, bei mir funktioniert es wunderbar. Vielleicht drückst du dich zu schnell hintereinander, dass er da verwirrt hintereinander kommt. Jetzt habe ich dich gehört, Harald. Ja, warum auch immer. Jetzt hat es funktioniert. Es ist übrigens einer meiner Zuschauer dauernd auf dem Server, das sehe ich gerade. Tyrell, das ist einer der Stammzuschauer, der sich hier irgendwo rumdrückt. So, Pascal Borkhoff, mach weiter Altes live, du kannst es. Firefighter 2014, mach das weiter, ist echt lustig. Und Johann Hoch, magst du Bratwurst? Ja, wenn ja. Und kann man, Prior 2000 fragt, kann man bei Altes auch Essen selber verkaufen? Das haben wir doch schon gemacht. Man kann es, und wie gesagt, in diesem Burgerboon stehen immer wieder Spieler drin und tun RP-mäßig da auch wirklich das Machen. Also, dass sie dann halt da drin stehen und so tun, das wären sie jetzt ein Burgerverkäufer. Burger selber gibt es halt nicht, leider. Ich hatte auch mal die Idee, ich mache einen Pizza-Lieferservice auf. Was? Ist dann leider an der Unterstützung der Admins gescheitert. Los, die Hände hoch! Der hat eine Waffe. Der will überfallen. Sorry, ich habe eine medizinische Steuerung. Ich kann die Hände nicht auf den Kopf nehmen. Ich meine das ernst. Dann schießt er. Wie gesagt, ich habe eine medizinische Steuerung, ich kann die Hände nicht über den Kopf nehmen. Ich kann mich aber auf den Boden legen. Jetzt hat er mich erschossen. Ja, das nennt man, äh, das nennt man halt VDM, das zieht sich auf, äh, einfach, äh, quasi, Amoklauf mäßig durch die Gegend laufen und Leute erschießen. Das wird halt, kann halt zum Kick und Bann führen. Äh, RDM. Und VRDM ist, wenn man das mit dem Fahrzeug macht. Ich habe mal einen Notarzt gerufen, der müsste dann gleich wieder kommen. Du kannst mal die Polizei rufen. Aber du gehst auf dein C, auf dein Z. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wo ich die hinschicken muss. Dann hast du unten ein Telefon. Ich weiß nicht, wo dein Telefon ist, ich sehe gerade kein Telefon. Ja, geh auf das Telefon einfach. Ach, Smartphone meinst du vielleicht, ja? Wenn du auf Z drückst, hast du unten, ja, Smartphone. Dann auf Telefon kannst du einen Notruf abschicken an die Polizei. Also tippst jetzt da rein, Überfall Pfirsichhändler, einbewaffnete Person. Okay, jetzt muss ich das erstmal... Und an die Polizei schicken, dann hast du einen Notruf abgesetzt. Das ist unten, da steht dann Auswahlmöglichkeit, an Polizei, an Feuerwehr, an Rettung und irgendwas. Nein, nicht die Spielerliste. Ich sehe nur Notruf. Unten gibt es einen Button, an Polizei senden. Und wo kann ich einschicken? Ja, dann schickst du einen Notruf. Passt ja auch. Was stöhnt denn der dauernd jetzt gerade hier? Da oben müsste so eine Schriftzeile sein. Bin ich verletzt, oder was? Ich blick's gerade nicht, warte mal, ich muss jetzt das nicht... Ich muss jetzt das scheiß Menü hier raus. Ich seh ja nix, das ist ja das Kacke hier, warte mal. Ach, du bist verletzt? Ja, du musst... Ich brauch ja Hilfe, ich kann es mir nicht liegen lassen. Ach, du bist tot! Ja, ich bin tot. Die Information hab ich bislang noch nicht gehabt. Alles klar. Er hat mich erschossen. Darum sag ich ja, du sollst die Polizei rufen. Er hat RDM betrieben. Darum sag ich ja, er hat RDM betrieben. Ja, also nochmal. Z. Smartphone. Nennt man Random Deathmatch. Ja. Smartphone. Dann tippst du da diese Message hin. Wenn ich denn wüsste, wo ich ja was eintippen kann, verflucht nochmal. Ich kann nix eintippen. Überfall am Kessig hin. Eine bewaffnete Person, der ist zwar jetzt schon über... Das ist doch oben so ein Schriftfeld. Also ich hab ja kein... Ja. Ja. Natürlich hast du das. Das wusste doch immer. So. Z. Smartphone. Achso, ich muss erst auf den Notruf klicken. Du gehst auf den Notruf. Dann sag das doch. Und dann kommt die Zeile zum Reintippen. Achso. Achso, sag doch gleich. Ja. Also, Überfall. Und dann an Polizei senden. Sag ich doch die ganze Zeit. Ach man. Ich finde das... Brauch ich jetzt noch keine Prinz einbekommen richtig? Ich darf jetzt zum Pfirsicher hinterlaufen, mein Auto zu holen. Also, Überfall. Doch, mach trotzdem. Damit die wissen, dass da ein Räuber unterwegs ist. Du kannst auch sagen, RDM kannst reinschreiben. RDM? Eine... Ja. Ach, jetzt hab ich fast fertig gehabt. Naja. Warte. Weißt du was? Ich mach den Notruf. Ganz ruhig, Rocktalks. Ganz ruhig. Alles gut. Ich dachte, wir sollen wegrennen, wenn einer kommt. Ja, aber... Und warum hast du die Hände nicht gehoben? Weil ich nicht mehr wusste, welche Taste das war. Normalerweise... Es ist eine Tastenkombination, die ich nicht mehr wusste. Normalerweise, wenn... Wo treffen wir uns selbst wieder? Ja, wo treffen wir uns selbst wieder? Ja, wo treffen wir uns selbst wieder? Ja, aber das ist nicht im Zuge des Servers Roleplay und wird dementsprechend von den Adminsfair bestraft. Was es noch gibt, ist VRDM, dann ist es halt mit dem Fahrzeug... Ich weiß jetzt... Wo ist der Posen des scheiß Pfirsichfeld überhaupt? Ich weiß, es gibt's zwei in echt... Ach da, ja. Ich hab's. Ja, ja. Musst du wieder auf der Karte setzen. Also ich lauf gerade von Kavala raus zu meinem Auto, weil das... Kann ich den erschlagen? Theoretisch? Ich bin halt jetzt auch nackt, meine ganzen Klamotten sind weg, ey. Nein, du brauchst ne Waffe, du kannst nur mit Waffe kämpfen. Aber ich glaub, der ist weggefahren. Heißt, vielleicht kommt jetzt... Wir warten jetzt, bis die Polizei kommt... Da bin ich aber schnell weggerannt hier, meine lieben Freunde. Ich weiß nicht, der hat so... Ach so, 75... Warte mal, was ist denn Lebensenergie ist? Welche? Ganz unten. Okay, da hab ich wohl ein bisschen was gelitten, alles klar. Das ist das Kreuz, ja? Ja, dann könnten wir jetzt zum Krankenhaus fahren. Da zahlst du ein bisschen was und wird's wieder geheilt. Im Endeffekt ist es wurscht, solange es in Ordnung ist. Immer noch ein paar Pfirsich. Finger pflücken. Genau, mach das. Mein Auto ist eh noch voll, also ist eh wurscht. Mein Rucksack und so ist halt weg, aber ja, mein Gott. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, bevor wir überfallen werden, nachdem das mein alter Server ist und wir wirklich längerfristig spielen, kann ich sicher irgendwie fragen, ob ich als Polizist reaktiviert würde, werden würde. Dann könnte ich Streife fahren und dich als meinen Praktikanten mitnehmen. Können wir ein bisschen Polizeidienst machen. Und das ist wirklich lustig, weil das ist... Da kannst du wirklich teilweise... Weißt du nicht, was am Tag auf dich zukommt. Es gibt Tage, da wärst du nur doof herum. Es gibt Tage, da hast du eine Geisennahme nach der anderen und dann einen Rebellenaufstand und dann... gar noch ein Panzer in Kavalla, weil ein Cheater drauf ist. Das ist eigentlich viel lustiger gewesen. Was ist denn eigentlich jetzt der nächste Markt? Was erwartet dich heute im Dienst? Da muss ich... zum, äh... Kavalla. Wir müssen wieder nach Kavalla reinfahren. Aber warte... Ich bin in 200 Metern da und fahre ich mich dann wieder zurück. Ja. Jetzt warte, ich bin gleich da, ich seh die sogar schon. Warte, was war da drüber? Was lesen hier? Kauft ihr mal eine Waffe? Ja, schön. Harald in der Facecam ist eine Fliege. Ja, sehr schön. Base-Taste ist ungünstig. Mikrofontaste beim Schreiben. Aktivierst die Akkursität ständig. Das ist richtig. Den Mikrof hast du übrigens nicht abgesetzt. Das ist auch korrekt. Den hab ich gemacht. Ja, Waffe kaufen. Waffen muss man sagen, eine Waffe kostet schon mal 100.000. Dann brauchst du hier auf diesem Server eine Lizenz, eine Schwarzmarkt-Lizenz. Die kostet 200.000. Dann brauchst du glaube ich jetzt noch einen Fingerabdruck, damit du diese Waffe überhaupt verwenden kannst. Achtung, da kommt so schnell los. Das sind Rebellen, komm lauf weg, lauf weg. Das sind Rebellen, das sind Böse. Ich kann nicht mehr laufen. Ich bin weg schon. Wann hast du die erkannt, dass das Rebellen sind? Ich bin weglaufen. Können mich mal. Da hat einer gleich nach Doktor stehen bleiben. Ich hab doch nichts. Ich bin grad schon überfallen worden. Lassen Sie mich drüber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt irgendwelche Leute sind, die rausgefunden haben, wo ich unterwegs bin oder wo du unterwegs bist. Ja, das sind Rebellen. Kann die extra Rock-Talks sagen? Ne, ne, es sind Rebellen. Ich hab aber Angst. Ja, sie sind aber Typen und so, weil die haben einen Klantel. Meine Fresse, ey. Da kommt jetzt so nix hier. Da kannst du einfach die scheiß Pfirsiche verkaufen. Ich glaub ich klaufe jetzt einfach mal rein in die verkackte Marktstadt hier. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Oder wir stehen bleiben. Hab ich was zu tun. Hier, hier. Hier he her. Oh, hier her. Ich bin doch grad schon einfach so erschossen worden. Ich hab einfach Angst vor Waffen. Also ja. um also ich weiß nicht wer das war irgendein typ mit einer waffe und sie waren das nicht rufen sie die polizei okay dann rufe die polizei die wollen dass die polizei rufe die wollen mich als geißen nehmen so die sms habe ich abgeschickt ich habe gerade ich bin auch gerade ich werde gerade abgeführt nehmen sie die hände nach oben eine geiselnahme ich habe da hier eine störung ich kann das leider nicht ich habe so ein ärztliches attest liebe zuschauer so geht es biebeer fragt ob ja toll biebeer fragt gibt es im spiel auch freundliche menschen ja gut beim nächsten mal weiß ich ich muss weiterlaufen eigentlich ja teilweise aber auch nicht habe ich auch gedacht aber die waren haknecke die wollten unbedingt geißeln nehmen weil die haben mich jetzt auch dazu gezwungen die polizei zu rufen also ich glaube da kommen sie schon das wird eine ballerei da ist die polizei hilfe polizei jetzt kommt die polizei ich glaube jetzt gibt es gleich eine schießerei die wollen polizisten glaube ich umbringen es ist die welt geht zugrunde hier ich dir hilfe ich wurde vermint habe jetzt gerade irgendwas gehört dass ich irgendeinen sprengstoff nicht aufstehen also ist ein terroristischer anstieg hier offensichtlich ich habe das gesagt weil ich die weise gesagt habe ich kann man die hände heben ich bin vermint worden von der terroristen zurückgeschossen da könnte ich doch weglaufen oder weiß ich nicht ich soll die hände hochnehmen ich soll die hände hochnehmen dann sag halt du kannst die hände nicht hochnehmen bis zum letzten oder irgendwas oh die polizisten ergeben sich die haben die polizisten geschnappt die wollen polizisten looten das ist alles das heißt wir können jetzt einfach ich könnte jetzt oder was oder ich lege mich hin wenn sie sagen das heißt nicht dann würde ich lieber da einfach sitzen bleiben und warte bis die abhauen mein getränk ist auch leer nicht dass sie dich wirklich nur wegknallen jetzt noch mal kurz zur erklärung also das untere ist lebensenergie das in der mitte ist durch da habe ich jetzt 35 weil es tickt gerade rum ich glaube ich muss bald was trinken und es oben ist essen oder wie ja ja fürsiche fürsiche kann man doch auch muss dann bald was genau meine zuschauer wollen dass ich wegrennen lauf forest lauf essen ja ich weiß ja bloß nicht in welcher Richtung das ist mein problem ja dann versuche es aber ich glaube du wirst du sterben der denkt vielleicht er hat mich eingestellt weil ich das ist